So, hier sind wir jetzt in einer Präsidentensuite im Oberoi in Dubai. Hier geht es erstmal in den Essensbereich oder Tagungsbereich mit traumhaft schönem Blick hier raus. Dann kommt als nächstes das Büro, hier ist dann Schreibtisch und Laptop mit allem ist alles da. Dann hier der Wohnbereich mit einer schönen Terrasse hier. Hier dann ein kleiner Pool. Und vom Pool aus ein Blick direkt auf den Dusch Kalifa. Hier dann nochmal der Wohnbereich. Hier geht es dann ins Schlafzimmer. Nochmal eine separate Sitzecke. Hier dann das Schlafzimmer. Und hier geht es dann ins Bad. In der Präsidenten-Suite. Ins Bad. Ja, in Pakistan. Die Badewanne. Doppelte Spiegel. Riesengroße begehbare Dusche. Und hier dann der begehbare Kleiderschrank. Durch den man dann wieder hier in den Flur kommt. Der ganze Flur gehört noch mit dazu. Hier vorne ist dann nochmal Gästetoilette. Und hier drüben dann eine komplett eingerichtete Küche. Das war die Präsidenten-Suite im Oberoi. Und wenn ihr dazu Fragen habt, einfach auf www.fella.de nachschauen. und hier auf es gibt, ja gut ist das gecheckt. Aber geht es noch. Jahre alt. Vielen Dank.